Guten Tag! Hallöche! Also, wir sind ja wieder in Sims 3 und ähm... Ja, wir machen einfach mal weiter. Womit machen wir weiter? Äh, mit. Wir wollten sie erstmal auf Toilette schicken und dann wollte sie sich mit Eddie treffen. Oh ja! So, machen wir das. Und dann kommt jetzt diese Nachricht, ja, ist viel zu spät! Oh, das wär scheiße. Sollen wir vielleicht nach Hause einladen? Ja, man. Aber zu Hause ist nicht viel Spannendes. Da kommen uns Wendern die ganze Zeit wieder unterhalten. Können die sich langweilen? Ja, klar. Oh. Ja, aber die ganze Zeit unterhalten ist schlecht. Weil irgendwann, vielleicht kommt dann so ein Minus Minus und dann, aha. Unglaub ich nicht. Äh, man kann in Sims sowas von einfach Freunde werden. Ja? Ja, ultra. Ähm. Voll mega. Da können eigentlich auch so voll die Gegensätze zusammenkommen. Das ist scheißegal. Ähm. Ähm. Na Hause einladen. Boah, ich bin voll gespannt! Voll aufregend! Boah, aber wir haben nur ein Einzelbett! Oh. Tut mir leid, ich hab keine besondere Lust drüber zu kommen. Ähm. Wo wohnt der? Ich komm rüber! Ähm. Das bestimmt in irgendeinem Wohnheim, ne? Ja. Oder vielleicht hier? Nein. Nein. Wenn nicht, ja, was? Äh, irgendwo muss der sein. Ähm. Wo sind denn die ganzen Wohnheime? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist unsers. Ja, das stimmt. Und hier war auch noch eins. Da ist aber auch nur die. Toll. Ähm. Hier ist auch noch eins. Ne. Die kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Hier ist auch noch eins, aber das ist glaube ich das... Von einem. Krass, der wohnt da. Boah. Das ist so ein großes Haus. Boah. Boah. Nee. Eiswagen. Ähm. Der muss da irgendwo sein. Huch, was ist denn hier? Oh. Eine Autobahn. Hä? Und tschüss. Komm, man sieht aus wie Aktivier. Aktivier. Ja, stimmt. Wir sind in den gleichen Farben, ne? Ist doch cool. Ähm. Wir müssen den finden, ey. Ist ja ein Arsch. Du Arsch, Arsch. Ist echt so. Warte, steht das vielleicht? Nee. Ach, verdammt. Wir probieren einfach mal alles mögliche. Nachhause. Haushalt nach Hause einladen. Mal alles ausprobieren. Äh. Hoch? Haushalt von Eddie. Nee, nee, die will ich alle gar nicht. Guck mal, hast du die mal gesehen? Warum? Vielleicht können wir uns die merken und wenn wir dann die anderen Personen sind, dann... Äh. Was? Was hat die gerade gemacht? Ich, ich, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Oh mein Gott. Was sollte das? Die war ein bisschen gerade neben der Spur, oder? Kann das sein? Oh, Pitypö. Nein, das interessiert mich gerade nicht. Dann morgen. Morgen ist Abschlussprüfung. Ah, scheiße. Ja, da hatten wir zwar schon noch Zeit, aber ich will jetzt schon mit ihm zusammenkommen. Mano! Gibt's noch eine Option? Hexnachricht, plaudern, wir plaudern mal mit ihm. Ich kann uns ja überplaudern ein bisschen mit ihm anfreunden, dann hat er vielleicht doch noch Lust rüber zu kommen. bla 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 Bei deiner Strich ist es keiner mehr da! Oha! Hatten wir nicht noch einen Hübschen? Einen Hübschen? Nee! Alfred! Nee! Warum haben wir den eigentlich so in so einen grünen? Den Typen? Weil der eine Fee ist! Ah! Und sie ist? Anoki! Sie ist... Oh no! Ja, aber warum ist das braun? Ich glaub, sie ist ein Werwolf! Achso! Ich glaub, wir brauchen das Werwolf! Hey, sit, du Nuss! Bam! Meinst du, wir können uns doch mit Zittern freuen? Nein, der wollte doch nichts vor uns! Ja, egal! Trotzdem kann man sich anfreunden! Barsch grüßen! Barsch du Arsch! Trotzdem kann man sich anfreunden! Salute Lady Monde, kumbo to the ladies and the sun! Hallo! Und? Was bedeutet dieser grüne Smiley? Er hat was! Ah! Okay! Irgendwie... Er hatte doch ne nette Stimme, oder? Ja! Komm, spielen ein bisschen... Wir machen jetzt einfach alles! Oh mein Gott! Gesterngeschichte erzählen! Gemeinsam lernen! Kennenlernen! Ähm... Spielfähigkeit wollen! How to learn! Nach Prüfungsantworten fragen! Sie hat blaue Haare! Das ist einfach geil! Ist so, ne? Plaudern! Mh... Reizreaktionstest! Äh... Nein, besser nicht! Ähm... Zum Bitten Prüfungen zu legen! Theorie postulieren! Ich hab Prostituieren! Verstanden! Tintenfleck-Test von Comic-Kraftenschwerden! Über Bücher reden! Ähm... Ist immer gut! Über reden... Über... Mh 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 mh... Reden geht immer! Weil da haben die eigentlich nie was gegen! Mh... Pfff... Ne, okay! Das war's erst mal! Dann mach das mal durch! Und dann gibt's dann meistens auch wieder neue Optionen! Bla 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 bla! Bla 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 bla! Bla bla bla! Warum machen die das denn immer? Ich weiß auch nicht! Hallo! Das ist voll unfair! soda... Ahh okay, er fängt an zu mauren. Ja! Bla 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 ist cool! Bla bla ist total geil! Äh... Das mischt man so! Ne! Türkis ist geil! Ja! Bla bla bla! Ja, da ist meine Haaraufhabe! So ist sie entstanden! ula, tot Episode 0! Bin ich nicht runter, bl dishwasher! Almein Ja haben erfahren, dass Sid... Oberschule... Nachbarschaft, Besuch... Bla bla bla... Der macht auch wasи... Der macht auch wass�ip und ich weiß auch nicht! Wir sind super einezsCEh! Oceaaay... Ah, ähm, so schnell! Weißt du, diese Geräusche? Das hört sich an wie... ... Regen? Ich seh aber kein Regen. Echt an. Ähm! Hallo? Äh... Tschüss, ne? Ja, bis dann! Sehn uns! Arsch! Du... Wieso kann der da rein und wir nicht mehr? Du Arsch, Arsch! Von 6 bis 1 Uhr geöffnet. Wie kommt der dann da rein? Ich weiß es nicht. Geh nach Hause, alte Schnugge. Warte! Jetzt müssen doch alle zuhause sein. Ich meine, es ist spät. Gucken wir, ob der irgendwo ist. Nicht, aber das war unser... Ne, das war nicht unser Wohnheim. Ne. Ne, der wohnt ja hier alleine. Da ist er! Eddie, 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 Eddie... Was hast du jetzt gedrückt? Eddie, ich will ihn suchen! Los! Aber wir haben Hunger! Wuhuhuhu! Scheiß drauf! Die Liebe macht alles! Der hat fehlkige Räder. Ja, hab ich auch grad gesehen. Cool. Shit happens. Aber wenn man damit fahren kann... Oh, cooles Haus. Achso. Jetzt ist es besser. Jetzt werden wir nicht reingelassen. Eddie, mach uns sogar die Tür auf! Echt? Ja, siehst du das da? Ne. Da! Da! Da ist so ne Schrulle! Der sieht voll jung aus. Aber ich mag ihn! Wow! Ey, yeah! Der ist cool! Wanna date? Cool aus. Oh, yeah! Oh, my God! Ist der cool! Er ist reich! Juuu! Was? Steht hier oben! Ich bin da nicht cool! Komm her, Schnückchen! 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 So, okay! Wir können nichts mit ihm machen! Guck, geht da hin! Geht da irgendwie... Okay, jetzt vielleicht? Oh, my God! Ja! Ah! Okay, okay, okay! Wir müssen jetzt so voll nett sein und so. Nenn diesen Part Mission Eddie oder sowas! Okay! Ähm... Oh, Alter! Der sieht voll geil aus! Schön, dass wir auf dem gleichen Typ stehen! Gerne! Ähm... Schon haben wir noch Fragen... Plaudern... Alles, was wir eigentlich auch bei Sid gemacht haben... Ja, Mann! Nur, dass da geregnet hat plötzlich, obwohl es kein Regen war und dann... Ja, und er einfach in das Gebäude reingehen konnte, obwohl es schon zu war! Ja, Mann! Hä? So einfach so, ja, ne, tschüss, ne, wir hatten eigentlich nur eine Option offen, aber pfff! Wie bei den Hagel reden ist Hagel... Ach, es hat gehagelt! Boah, aber wie... uns hat nichts gekümmert, ne? Nö! Nö! Okay! Los, Mann! Das muss jetzt klappen! Die müssen zusammenkommen! Oh, yeah, Mann! Ah, das sieht gut aus! Oh, seine Augenbrauen... Mit Echian darf man eigentlich Kinder kriegen? In Sims? Ja, wenn man... Kein Kind mehr ist, halt, ne? Oh! Oh! Das ist so niedlich, aber es sieht aus, als hätte sein Schlafanzug schon an, irgendwie, ne? Aber egal, wenn er in unseren Haushalt einzieht... Oh, nein, wir haben... Oh, guck mal, die Schuhe! Oh, das ist mir scheißegal! Wenn er in unseren Haushalt einzieht, dann kann man auch seine Klamotten und sowas ändern! Aber das sieht schon geil aus, ey! Ja, Mann! Voll sympathisch und so! Wir müssen seine ganzen, ähm, Merkmale rausfinden! Ja, Mann! Bestimmt so obercool, so, ne? Ähm... Warum sind wir jetzt rot? Ja, weil es jetzt ziemlich schlecht geht, sie hat Hunger und ist müde! Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir bei ihm übernachten dürfen! Ah! Das wäre geil! Kann man das? Ja, klar! Nein, wie geil! Aber dazu müssen wir ziemlich gut befreundet sein! Ich weiß nicht, ob das noch klappt! Ich mein, lernen ist jetzt eh egal, ne? Werden wir schon hinkriegen! Sterbe schlucken! Bla, bla, bla! Bla, bla, bla! Bla, bla, bla! Du hast es weggegeben? Ich muss jetzt... nach Hause! Tschüss! Tschüss! Ja! Wer bist du denn auch immer, ne? Bye! Okay! Oh, schnell! Oh, der sieht so gut aus! Ich weiß gar nicht, was sie gerade machen, aber ist egal! Oh, cool! Fehl auf die Tür! Okay! Sie kann noch zwei Stunden aushalten, dann kippt sie zusammen! Scheiße! Egal! Dann schläft sie! Okay! Irgendwann könnte er uns rausschmeißen! Mal gucken, wie schaffen wir, dass er uns hier drin ist! Äh... 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 Okay! Irgendwann gibt's noch was Neues! Damatische Geschichte erzählen! Okay! Äh... 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 Kompliment machen! Das ist nicht schlecht! Nein, das ist nicht schlecht! Äh... Noch mehr über Haus machen? Ne... Man muss gerade hier machen, das ist so... Ähm... Plaudern kann man immer machen! Ähm... Heils... Ne... Dann ist das erstmal das alles! Marina! Ich hoffe, wir müssen mindestens Freunde sein! Oh! Komm schon! Scheiße! Es wird langsam spät! Es wird langsam spät! Vielleicht ist es Zeit zu gehen? Nein! Nein, das ist nicht! Was ist das denn? Über Banalität geredet! Ja, es gibt... Ähm... Okay, dann gehen wir nach Hause! Ähm... Über das Wetter zu reden! Aha! Weil sie ist ja irgendwie... Achso, ich denke... Was sind das denn für Geräusche? Ja, geh doch mal! Hm... Zu erst schlafen, ne? Ja! Weil sonst... Gib die doch zusammen! Ähm... Weil Essen kann sie noch... 21 Stunden aushalten! Reicht! Wo siehst du das? Hier! Ah, so! Boah, du musst noch so viel über Sims lernen! So viel! So viel! So viel! Keine Ahnung! Stephanie Adplay! Wisch! Entschuldigung! Oh, woher kenn ich das Lied? Ich... ich kenn's von Sims! Heute ist Abschlussprüfung! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Um wieviel Uhr ist die? Okay, in 10 Stunden! Ah, gut! Das schafft die! Ja, man! Aufstehen? Du willst mich verarschen! Du schläfst jetzt! Takträum? Was? Warum sollte die denn aufstehen? Keine Ahnung! Die muss doch jetzt nicht irgendwo hin! Warte! Freitag, ne? Freitag! Ja, und der ist 16 Uhr! Penner noch ein bisschen! Ist so! So! You can never change my mind! Never! So! Alter, was willst du denn? Schlaf doch! Ist so, ne? So, schlafen! Sofort! Was hat die denn da gerade gemacht? Keine Ahnung! Es sah aus, als ob die sich übergeben hätte! Ja! Also es hat sich auch so angehört! Okay! Na, jetzt schläfst sie erstmal! Dann sollten wir was essen! Dann haben wir noch was im Kühlschrank! Das wäre nicht schlecht! Stimmt nicht! Alle haben Hunger! Die fressen bestimmt den ganzen Kühlschrank leer! Ich glaube, es ist manchmal zu doof, an den Kühlschrank zu gehen! Ja, Mann! Ah, ich weiß nicht, wo die Küche ist! Das ist schlecht! Oh nein, das nehmen wir nicht! Hier ist was Unfertiges! Ähm! Ihr geht schon mal ein bisschen besser! Das ist schon mal gut! Zum Glück müssen wir nicht fürs Essen bezahlen! Das kann man doch essen! Gab's da? Cool! Das ist bestimmt von Anoki-Moon! Ja, stand doch da! Cool! Ist der einzige, der sich hier irgendwie um das Haus kümmert, glaub ich, ne? Ja, Mann! Oh, das ist schon dreckig! Wenn wir Eddie nicht bekommen, nehmen wir Anoki! Nöööö! Ich will Eddie! Kein Undan! Oder Sid! Sid genau! Sid, dass auch cool! Obwohl er uns da einfach so scheiße.. Er hat einfach uns stehen lassen, ja? Ja, Mann! Da hinten flimmert es irgendwie! Na ja, die Bäume sind doch relativ in Bewegung! Äh... Okay, hätte ja sein können, dass hier irgendwie, keine Ahnung, Mückenschwarm ist oder so. Iiiiih! Gibt's das? Boah, die Ampeln... So schnell müssten die auch mal umspringen. Ja, man. Das würde Chaos geben. Ah, dauert schlafen lange. Geiles Möbelstück. Mach mal ein neues Lied. Okay, ähm... Ein bisschen Mucke hören wieder. Ja, man, Mucke. Vielleicht auf ein anderes Genre umschalten? Ja, genau. Äh... Was gibt's hier alles so? R'n'B? Oh, nee, das ist... Nee. Äh, was ist das denn? Warte! Oh mein Gott! Ich kann mal hin! Guck mal, da ist ne Urnung! Da! Da! Ja, die Oma kommt überall hin mit! Ich kenn das, also ich kenn das Sieb. Wir hören das nicht, aber wir kennen das so von Just Dance. oder sowas. Do my finger! Achso, mal holen sie auch. Ich kenne Texte, aber nicht aus. Ja, ich auch nicht. Wie kommt mal der Refrain? Ja, warte. Gleich. Wie läuft das denn? Wie läuft das denn? Wie läuft das denn? Hör das denn? Du bist da! Dumm, dumm, deejo, we said deejo, don't let us know how we don't want to go home. Das ist doch diese Melodie von, ähm, Cheo. Machen wir ein Bananenbrot oder so. Ja, das geht. Ja, Mann, ey. Krass. Scheiße, Alter, das ist schon leicht. Ich kann, glaube ich, nichts mehr essen. Fuck. Scheiße, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Scheiße. Es ist, aber es ist um 16 Uhr. Na, schafft es nicht mehr. Schafft es jetzt nicht mehr. Es ist voll geil, dass das Lied läuft. Ja, was ist hier alles gekippt, ne? Abschluss machen. Klar, Mann. Ah, geil. Wir müssen bei den ganzen Playlisten durchhören hier. Ja, vor allem, wir haben jetzt so Musik gratis, ohne dass wir die Gamer am Hals haben oder sowas. Voll gut. Bisher noch nicht die Gamer am Hals haben. Bisher die Gamer noch nicht. Lauf, Mädel, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, bleib stehen, Mädchen. Hallo! Du musst jetzt echt laufen. Entschuldigung, ich muss hier noch werden. Geh. Geh, Mann. Verdammte Scheiße. Ich kann dir so... Oh, ja. Geh. Geh. Nein, lauf mal. Lauf mal, Mädchen. Sonst laufen die doch auch immer. Ja, Mann. Oh. Die muss jetzt nicht nur da sein. Geh, Mann. Ich hab doch jetzt die Arbeit. Und da müsste sie jedenfalls. Heute ist Abschlusstag. Abschlusprozess. Lass stehen. Noch besser. Oh, Mann. Nur weil die Hunger hat oder was? Nein. Die geht einfach langsam mit dem. Waaah. Jetzt sofort. Danke. Lauf. Wo geht die lang? Wann gehst du? Ach, der ist auch noch mal rausgegangen. Ich glaub, das ist ein Umweg. Lauf. Die Zeit geht weiter. Slack. Scheiße. Nein. Lauf. Ah. Was ist das? Ah. Gottchen. Wir müssen auch vorne rausgehen können. Auf doch mal. Scheiße. Neun. Acht. Was? Die Zeit geht nicht richtig an. Wird immer noch zwei Minuten auf einmal oder so? Lauer deine Beine, Alter. Alter, I. Schnell. Ah. Ah. Oh Gott. Nein, es ist schon 16 Uhr. Die Stirn, die sich... Jetzt wehe. Nein. Nein. Jetzt... Nein. Entschuldigung, ich bin zu laut. Geh da durch. Mit den Ellenbogen. Ramen. Links, rechts. Der steht doch wirklich nicht im Weg. Du musst einfach gehen. Nein. Geh. Nein. Jetzt kannst du jetzt von deiner Prüfungszeit ab. Jetzt komm. Geh doch rein. Oder ist das jetzt nur Unterricht, oder? Alles geben, Junge. Alles. Zicke, zacke hier. Hühnerkacke. Scheiße, Mann. Was hat die so über uns rumgetrödelt? Ey, genau heute, ne? Du hast so einen Ausraster bekommen können. Boah, ey. Krank. Ist mir jetzt voll egal, ob der Spaß über uns runtergeht, ne? Ja, fucking doch. Will ich jemanden Domino spielen? Was? Das sind jetzt Domino. Wieso denkst du, wenn eine Prüfung an Domino? Ach. 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 Okay, sie sind voll geil, diese mit Schokolade und Gelee und... Warte mal, da war doch irgendwas noch drin, was ich nicht mochte, glaube ich. Marzipan? Scheiße. Das ist nicht so gut gelaufen, wie mir das Sanna gehofft hatte. Sie ist in den Studien im Bereich Geowissenschaften Level 2 Prüfung durchgefallen. Boah. Scheiße, weil wir Hunger hatten, ne? Na. Schlechte Prüfling. Nein. Als sie es privat gespielt hatte, stand sie beim Lernen in der Mitte und hatte aber gute Launeranschauung. Lass mal das nochmal starten. Weißt du, wie ewig her ist, dass wir gespeichert haben? Ach, scheiße. Ah. Justin ist bei der Arbeit und darf nicht gestört werden. Ja. Das sieht man. Ja, ne? Es ist so dunkel. Es ist übelst dunkel. Haben wir es also nicht geschafft? Keine Ahnung, sie ist durchgefallen. Scheiße. Was machen wir jetzt? Wir denken bei die Glöckchen. Was machen wir jetzt? Ja, schon eins geschafft haben. Ja, Mann. Ach. Nur weil wir so auf Eddie fixiert waren. Scheiße. Die Liebe ist nicht gut während eines Studiums. Nein. Sollen wir... Was haben wir denn alles gemacht, als wir das letzte Mal gespeichert haben? Wir haben... Au, Eddie. Ja, das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist Eddie. Ja. Sollen wir nochmal... Ja, ich glaube schon. Das würdet ihr ja nicht sehen, ne? Ja. Wir wollen bloß diese scheiß Prüfung schaffen. Wir wollen das gut schaffen, ja? Okay, dann in der nächsten Prüfung kommt sie hier raus und hat einer Eins, ja? Ja, Mann. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.